Du, hallo. Hallöchen. Hallo. Ähm, ich bin... Hallo. Ach, das bist du, okay. Jetzt erschreckst du doch nicht so. Das war echt... Sechs war auch echt fies. Ähm... Zollg mir ein Messer. Zack. Äh, warte, warte. Jascha, guck mal hier. Äh, nimm die mal. Hier, guck mal. Jetzt erstmal hier schön... ...schönen Beet anlegen. So. Vor allem mit meinem Schulranzen da hinten. Ähm, kleines Vorab, ich wollte mir jetzt mal angewöhnen, mehr im First Person zu spielen. Also das, was ich gerade tue. Ähm, nicht nur, weil... Alter, es wird dunkel. Das sieht einfach beim Zugucken finde ich viel geiler. Also beim Spielen ist es scheiße. First Person finde ich. Aber beim Zugucken finde ich es eigentlich... Äh, geiler. Muss ich sagen. Dann spiele ich auch mal so. Weil dir jetzt auch noch gerade so viele zugucken, ne? Aber das ist voll doof. Dann sieht man nicht mal unten die Leiste. Was für eine Leiste? Ja, wo die Waffen drin sind. Ne, die verschwindet nach einiger Zeit. Echt? Wenn du Inventar aufmachst und dann wieder rausgehst, dann kommt die wieder. Das ist bei mir auch gerade. Ähm. So, wir wollten nach Elektro laufen, ne? Ich mache natürlich die Stoppuhr wieder an. Das habe ich überhaupt nicht vergessen. Also jetzt auch erst eine Minute. Wie viele Leute sind hier eigentlich drauf? Äh, ja, das geht ja. Das ist doch super. P. Ach, P, Leute. Aber ist für Dunkelmeister. P. Ja, ist auch egal. Gehen wir... Äh. Okay, ich zockt auch nicht so. Das ist voll blöd. Gehen wir... Gehen Westen. Hört man mich eigentlich sehr schlecht oder sehr... Sehr schlecht? Gehen Westen. Ja, ne gut, eigentlich. Warum? Hm. Hm. Ich höre dich nur nicht, weil mein Stormage violently grumbled. Das ist der einzige Grund, warum ich dich nicht höre. Weil ich mich gerade mit dem Smoothie voll vollgesorgt habe. Oh, cool. Ein Smoothie. Ein Smoothie. Smoothie. Ach, ein Smoothie. Smoothie, yes, yes, yes. Trink. Ich muss das trinken. Trinkend muss ich das trinken. Das wäre cool, wenn wir jetzt so ein Gasherd finden würden. Und dann könnte ich nämlich den Kochtopf mal ausprobieren. Das fände ich extrem nicey, scheißy, peißy. Oh, die Sonne geht unter. Das ist voll doof. Ich und mein Pony, sein Name ist Johnny. Wir reiten Richtung Sonnenuntergang. Rainbows on the police. Ich weiß nicht, wie das geht. Komma, Sonne, Kaktus. Den Rainbows. Pink, fluffy unicorn. So war das. Komma, Sonne, Kaktus. Paella, Insel, Bauch. Komma, Sonne, Kaktus. Ja, das ist der Brauch. Was ist der Brauch? Die Gitarre um den Hals. Die Ruhmhals. Da war auf der Straße. Jo. Du. Wenn du ruhig hängst, geh du zusammen mit samm. Aschwebei. Am Aschwebei. Du. Stuhl in der Umluft. Wenn die geht. Und du sitzt allein zu Hause. Guck mal, zwischen. Inzwischen. Schwie. Weiter geht. Wer ist das nochmal? Ist das Jürgens oder Lindenberg? Lindenberg. Lindenberg ist... Ich war noch niemals in New York. Das Jürgens. Echt? Nein, das ist doch... Das ist Sportfreunde Stille oder so. Oh, ich hab voll Hunger. Dann esse ich mal meine Dose Cola. Da läuft einer neben mir. Oh mein Gott. Wo bist du? Ich geh da weiter Richtung Sonne. Ja, da. Ja, das ist voll doof mit der Sonne. Das ist aber so wie ein RL. So eine Sonde. Boah, ich muss unbedingt was zu essen finden. Ne, ich bin hier am... Ich bin auch am... Stomach... Grumbly-li... Violant-Lie. Grumbly-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ey, hier liegt was. Boah, hier liegt voll das Seil. Hast voll übersehen, Junge. Ist jetzt mein Seil. Und ein Hammer liegt da. Aber ich glaub, meine Hake ist die bessere Waffe. Und ein... Wrench. Damit kann man, glaube ich, auch irgendwas machen, ne? Ranch? Was ist Ranch? Ähm. Hier, äh, so ein, äh, Engländer. Also so ein Schraubenschlüssel. Ach, der ist zwei groß. Dann schmeiß mal die Potato weg. Ich hab da einen großen Rucksack. Achso. Also du kannst mir Stuff geben. Stuff. Ich geb dir mal Stuff. Ähm, nee, ich geb dir... Stuff mich nicht. Hier liegt ein Waffenklinik, wenn du das mitnehmen willst. Das ist sogar grün. Pristine. Äh, komm. Ich bin ja schon auf der anderen Seite von Gleisen. Auf der anderen Seite von die Gleise. Ein niederdrink. Du hast doch grad was getrunken. Äh, doch. Nein, da, doch. Nein, hier, ja, wo? Ein niederdrink, drink, drink. Ich, wo dein niederdrink. Drink, drink. Hä? Drink, 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 drink. Oh, ein niederdrink. Sprite. Drink. Hier ist ein Loch im Zaun. Das ist ein Loch im Zaun. Ich kann der im bitte so... Atmen. Alter, bist du da? Ich bin hier. Während, äh, ich trinke. Ich kann nicht atmen, während ich trinke. Alter, hier ist voll die Sense. Soll ich die nehmen? Alter, hier sind voll die Schuhe. Soll ich die nehmen, die Sickel? Was? Hab ich nicht gesehen. Hier oben ist eine Machete. Eine Machete? Ich weiß nicht, ob die besser ist als die Hacke. Oh, hier ist ja eine Sackgasse. Was ist das denn? Scheiße. Was ist denn scheiße? Da geht's aber noch raus. Aber da kannst du. Ja, weißt du... Da ist nichts. Da war ich gerade. Aber die Machete ist da, oder was? Nee, die hab ich mitgenommen. Oh! Vollidiot. Vollidiot. Timme. Ey, hier liegt ein Seil. Das hast du voll übersehen. Nee, das... Ich hab schon eins. Der ist wegen. Ja, willst du die Machete jetzt, oder nicht? Gib mir mal die Machete. Ich will mal... Darf ich dich mal gerade mit dem Seil fesseln? Hey, kannst du das dann wieder aufschneiden? Ja, genau. Das will ich nämlich ausprobieren. Also erstmal, ob ich dich... Ja, wenn nicht. Dann... Das ist ja dein Problem. Ja, du kannst ja trotzdem so weiterlaufen. Ne? Ja. Ne? Ja. Ne, einfach nur mal... Das Seil kann man nicht mal in die Hand nehmen. Ne, stimmt. Kann man nicht. Komm, nur inspekten. Gut, dann lassen wir das. Dann gehen wir weiter. Kleiner Schwule mit einem Rucksack. Meinst du, da oben liegt was? Ne. Was ist denn los hier? Ich hab fast 50 FPS teilweise. So viel hab ich nicht, wenn ich aufnehme, ohne zu spielen. Manchmal. Selten. Da vorne steht ein Zombie. Ja, und dafür komm ich hier gerade nicht weiter. Wo bist du? Ich häng hier gerade irgendwo... ...fest. Ach, hier kann man... Ach, warum springt der denn nicht, wenn ich auf Springen drücke? Ähm... Ja, sollen wir links oder rechts laufen? Da sind noch zwei Häuser. Ja, rechts wären auch noch Häuser. Wo? Ja, da hinten fängt eine ganze Stadt an oder so. Ja, das ist Elektro, du Depp. Achso, ja, dann lass uns da hingehen. Hey, hier ist schon Elektro. Boah, ich bin so extremely hungered. Nee, hier ist... Ich will einfach von dem Spiel Rede geschädigt sind. Sitzen wir nachher in der Mensa irgendwie. Boah, ich bin so extremely hungered. Ich will mal gerade was drinken. Nein, doch, Alter, wir sind schon in Elektro. Krass, Brudi. Junge, renn mal nicht so vor. Ich stehe noch an dem Straßenschild, weil ich wollte nicht über die Grenze gehen. Nachher kommt die Polizei und sagt so... Ah, ihr bösen Beigel hier. Hab keine Erlaubnis hier. Ne, hier. Der Johan köln ich. Mach du rechte Straßenseite, ich mach linke Straßenseite. Nein, trau mich nicht. Nachher ist dein Zombie. Ich hab Angst vor Zombies. Du bist ein Zombie. So machen Zombies, ne? Ja, genau. Boah, Alter, der atmet schon wieder so laut, dass ich mich gar nicht mehr höre. Scheiße, Alter, hilf mir! Wo denn? Ich muss aus dem Haus rausfinden. Ich blute, ich blute, ich blute. Boah, Alter, hab ich mich erschrocken. Nein, ich bin aus dem Spiel rausgegangen. Schnell, hilf mir, ich bin auf der Straße. Ja, ich komme. Oh, ich blute, ich blute. Ich blute. Ach, da, ja, ich hab ihn. Also, ich hab ihn gesehen. Ich hab ne Knarre. Ach so. Aber ich hab keine Muni. Ich hab Muni. Ich hab auch Muni. Ähm. Alter, hier hat einer geredet. Ich hab mich auch nicht mehr so mitbekommen. Wir sind freundlich, wir sind freundlich. Ja, wir sind freundlich. Wir wollen dir nichts tun. Ich hab mich einfach nicht in Gefahr. Ich hab nicht überhaupt Amp. Ja, wir haben nichts, auch. We both want to attack you. I'm bleeding, I'm ass... ...don't want to attack you, whatever. ...in me. Mein Arm ab. Mein Englisch ist so yellow from the egg. Just kill the zombie, we won't do you anything. So, sollen wir den erpressen? Sollen wir den erpressen? Du zeigst mit der Waffe auf dem und sagst dem, der soll uns Sachen geben. Hab ich irgendwas zu verbinden? Warte mal, ich hab den Sack! Ich hab den Sack! Den kann man über den Kopf stülpen. Ich gebe dir die Waffe, ok? Äh, äh... Hast du etwas Essen für uns? Hier. Du kannst dich auf die Waffe auf den Waffen, unter dir. Was? Was? Die Waffen brauchen wir nicht, aber wir brauchen Essen. Hast du etwas? Ja, ich kann es. Ok. Paul, was machst du? Ich öffne es. Ich hab gerade einen Rucksack gebastelt. Aber... Echt? Der ist genauso groß wie mein anderer Rucksack. Und jetzt hab ich das Seil nicht mehr und den anderen Kram nicht mehr. Kacke. Na ja. Ok, der hat mir... Cool, der hat mir Essen gegeben. Hier. You need some too? Ähm... Yes, a little bit food, but not much. Was ist denn du jetzt für ein Rucksack? Ja, das ist einfach... Wollten wir den nicht fesseln? Wollten wir den nicht fesseln? We are from German. When you mean that. Ah, ich bin... Ich bin Österreicher. Ah, ok. Willst du die Dose wieder haben? Ja, ähm... Nein, 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 passt schon. Ja, super. Ich wollte einfach nur... Garten, also... Ich wollte, dass ihr mich jetzt nicht irgendwie so in der Stadt trefft und... Keine Ahnung. Es ist ein Krieg gibt. Was für ein Krieg? Nein, nicht dass ihr euch erschreckt, wenn ihr mich in der Stadt trefft. Ach so, ach so. Also wollt ihr irgendwie so... Was für ein Krieg? Wollt ihr irgendwie so... Also wollen wir zu Süd gehen oder wollt ihr lieber reingehen? Mäßiger. Red du mal mit dem ich verstehe, nicht. Äh... Uns ist das eigentlich... Uns ist das eigentlich... Ganz egal. Müssen jetzt. Wir wollen nur eben Elektro ein bisschen looten. Und ein bisschen Essen so suchen, ne? Also ich wollte einfach nur bisschen Elektro looten und gleich weiterlaufen, also ja. Ich geh da mal vor mir. Wir sehen uns da wahrscheinlich eh noch. Der fragt, ob wir mit ihm gehen wollen. Hm, Sommer? Sommer oder Winter? Ja, aber wenn ihr coole Sachen findet, dann töten wir den, ne? Ja. Okay. Ja, lass uns echt machen. Ich hab jetzt keinen Bock mehr zu sterben. Ich will jetzt... Böser. Ich will jetzt Bandit werden. Böser Mensch. Ich will jetzt Böser sein. Okay, wir... Wir laufen dir... Wir laufen dir mal ein bisschen hinterher. Also wir laufen mal ein bisschen mit dir zusammen rum, okay? Ich hab das nicht verstanden. Wir... Wir wollen nur ein bisschen... Wir wollen nur ein bisschen... Nur ein bisschen mit dir, äh... Mit dir rumlaufen. Ähm... Jetzt... Also für ein paar Minuten oder so. Keine Ahnung. Wenn das in Ordnung ist. Bitte. Ja, aber... Aber nicht... Nicht killen oder so, okay? Also ich... Keine Ahnung. Ich hab oft Leuten vertraut, die haben mich dann gekillt. Nee, kein Problem. Also Voraussetzung gelauft vor. Hier sind Green Jeans, falls du brauchst. Ja, warte mal. Also wir, äh... Wir skypen sowieso grad noch untereinander. Also, ähm... Ja, äh... Lass uns erstmal hier grad mal die Häuser machen. Also geht schon klar. Wir... Wir haben ja nix. Also ich mein, ich hab... Ich hab ja nur... Ich hab ja... Ja, wir treffen uns dann später, okay? Also ich bin auch noch in der Lektion. Alles klar, gut. Dann bis später. Was hat er gesagt? Ich skype nämlich auch jetzt mit meinem Freund, aber der ist grad oben bei Bericht noch. Achso. Alles klar. Gut. Dann bis später. Na gut, wir sehen uns dann noch. Also ich lauf hier bisschen weiter. Jo. Tschau. Mama. Ich hasse... Äh... Ja gut, dann renne ich jetzt ein bisschen weiter. Ey Junge, als ich in Griechenland war, war ich mit einem Schweizer befreundet, ne? Hab ich mich mit einem Schweizer angefreundet. Ja. Hahaha. Junge, der ging mir so auf den Sack, ne? Ja, diere! Schweizerdeutsch? Diere, diere! Oh, hier ist der Typ drin. Ich hab mich grad voll erschrocken. Was ist das denn hier? Red tracksuitpants? Was ist das denn? Ja, hab ich auch schon gesehen. Da oben sind nur Klamotten. Achso. Okay. Aber hier liegt ne... Da war der schon wieder. Achso. Ich hab dich nicht gehört. Ich ne... Nein... Meinen den. Aberares auch... Das ist auch gut, dass du antwortest. Ich? Hallo? Paul? Ja. Hallo. Boah, Alter. Wass ist denn das jetzt schon wieder? Hörst du mich? Haha. Haha. Du bist blöd. Hahaha. Höhöh prere. Du bist voll der Blötymann... Arsch... Puh-Puh-Kacke. Blödiemann-Arsch... Puh-Puh-Kacke. If you know what I mean. Ja, hier sind zwei Helme. Brauchst du Helme? Helme? Wo bist du denn? In dem grünen Haus, deinem großen? Nee, schon weiter UN Ballistic Helm Nee, ich will keinen von den beiden Helmen Mein Hütchen ist cool Mein Hütchen an Hip Mein Hütchen ist voll in Der kommt gleich und knallt uns ab Dann töte ich den in der L Der hatte auch keine Schusswaffen Der wollte mir Seine Axt geben Nee Er hat gesagt, I give you my axe Ja, weil er deine Waffe gesehen hat Ja, weil ich die rausgeholt habe Dann hat er, glaube ich, ein bisschen Schiss Meine Pumpgun Ohne Munition Meine Pumpgun mit Mosin-Munition Ja, das geht Die ist really, really Awesome Befährlich Ach, ich weiß, warum Ich weiß, warum Ich schlechtes Internet habe Wieso? Und ein Ping von 700 Ich lade gerade die ganze Zeit hoch Ich vergesse das immer Ich muss mal gerade hier Zack Upload Abbrechen Zack Zack Sacramento So Yeah, was ist das? 9mm Rounds Was sind dann die 9mm 25er Rounds? Empty Äh, das sind doch, äh Nee, das sind auch nicht Es gibt ja 100 neue Waffen Wir sind voll gar nicht mehr in, Paul Also wir haben immer auch keine Ahnung mehr von dem Spiel Wir sind voll out of date Voll unwissend Unwissend Voll richtig krasser Voll wie Schwulcode Was Schwulcode? Ey, ich hab Pumkan Muni Yeah, Muni Load Amo Ich hab mich ja nie über Pumkan Muni gefreut Was ist denn für, äh, Frying Pan? Was für ein Pan? Frying Äh, Fritteusen, Fritteusenstift Ja, Junge Das ist echt irgendwas zum Braten Echt? Ja Lol Okay Yo, was ist das? Yo, ich glaub ich hab noch mehr Muni gefunden Empty Die Yee, ich hab noch mehr Muni gefunden Geil, jetzt hab ich schon 15 Das ist gut, das ist gut, das ist gut, Junge Ja, wo ist denn die Dose, in die ich eben aufgenommen hab? Scheiße, hab ich die wieder weggeworfen? Fuck Vollidiot Was, hallo? Scheiße Oh Mann, oh Wollt er ruhig kaufen? Okay, ähm, bist du bei dem Sozialschmarotzerblock hier? So ein, äh, so, so ein, so ein langes Haus Ja Ah, ich hör den, ich hör den Ja Ich hole mir meine Knarre raus, irgendwie hab ich ein bisschen Angst Er schießt ihn einfach sofort Er schießt ihn einfach sofort Ernsthaft Ja? Ja Aber der hat doch nix, das lohnt sich nicht Der hat, der hat, wenn er so viel zu essen hat, dass der uns was abgibt Also ich bin ja eigentlich voll der Gutmensch in dem Sinne, aber Irgendwie Hab ich keinen Bock mehr Sobald ich ne Waffe hab, hab ich Angst, Junge Ja Ist ja auch so Wo bist du denn? Ich bin grad gegenüber von dem, von diesem, äh, Sozialbauwohnungsblock da Warte, ich komm jetzt Ja, aber ich glaub, wir sind einfach komplett woanders, Paul Eine pristine Rotten Kiwi, die nehm ich mal auf jeden Fall mit Alter, warum, ich hab grad eine ganze Dose gegessen Ah, da, hinter mir bin ich Nick, ich hab ne ganze, Alter, du siehst schon aus wie ein Profi Ich hab ne ganze Dose Essen gegessen und der ist immer noch auf Orange Hunger Ich geh mal eben hier nach oben und esse auch was Lass uns mal hier reingehen Da, wo du nicht drin bist So Das ist toll 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 Vielen Dank.